Das Mate XS ist das teuerste Fall-Smartphone der Welt und das zweite Fall-Smartphone aus dem Hause Huawei. Ich habe es jetzt schon seit fast einem Monat im Einsatz und möchte euch zeigen, was das Gerät so besonders macht und ob der hohe Preis tatsächlich gerechtfertigt ist. Werfen wir dazu aber zunächst einmal einen Blick auf das Design des Gerätes selbst. Das kommt im ausgeklappten Zustand mit einem 8 Zoll großen Display in einem fast 1 zu 1 Seitenverhältnis daher. Die Auflösung ist knackscharf mit 2200 x 2480 Pixeln sehr sehr gut. Im aufgeklappten Zustand ist das Gerät gerade mal 5,4 Millimeter dünn. Das aber nicht komplett, denn es hat an der rechten Seite einen kleinen Hügel, der etwa 11 Millimeter dick ist. Dort befindet sich die meiste Technik dieses Foldables. So findet man dort auch den einzigen Anschluss des Gerätes, ein USB 3.1 Anschluss vom Typ C. Trotz der relativ großen Maße, ausgeklappt zumindest, und auch dem Gewicht von 300 Gramm liegt das Smartphone gut in der Hand. Und das liegt wohlmöglich auch am kleinen Hügel auf der rechten Seite, der auch gut als Griff genutzt werden kann und ein wenig an E-Book-Reader erinnert. Im zugeklappten Zustand hat das vordere Display 6,6 Zoll und eine Auflösung von 1148 x 2480, das ebenfalls für eine gute Schärfe sorgt. Auf der Rückseite hat man dann noch neben dem Hügel, der auch die Kameras beherbergt, ein 6,38 Zoll großes Display. Dieses Display ist im Grunde genommen nur ein Display, das für Selfies genutzt wird. Zur Kamera kommen wir später noch ein bisschen. Ich habe dazu auch ein extra Review gemacht, das könnt ihr auf meinem Kanal finden oder oben in der Infobox. Schauen wir uns erst einmal den Rest des Gerätes an. Auf der Unterseite befinden sich zwei Mikrofone und der Hauptlautsprecher. Dieser wird ziemlich laut und liefert einen ordentlichen Sound, ohne zu übersteuern, aber zum Sound sage ich später nochmal genaueres. Auf der oberen Seite befinden sich über dem zusammengefalteten Display ein weiteres Mikrofon und dann ein SIM-Karteneinschub für entweder zwei Nano-SIM oder eine Nano-SIM und Nano-Memory-Card von Huawei. Außerdem gibt es einen Infrarot-Blaster, mit dem man zum Beispiel Fernbedienungen für Fernseher oder HiFi-Anlagen ersetzen kann. Dafür muss man aber eine extra App installieren. Bei meinem Gerät war jetzt keine App vorinstalliert und ich habe auch keine in der Huawei App-Galerie gefunden. Im Griff integriert Huawei auf der rechten Seite einen Fingerabdruckscanner mit Powerbutton und einer Lautstärkewippe. Beide sind gut angebracht und der Fingerabdruckscanner funktioniert wie von Huawei gewohnt schnell und präzise. Unter der Kamera befindet sich der mit rot akzentuierte Release-Knopf, um das zugeklappte Bildschirmteil freizugeben und aufklappen zu können. Zum kompletten Aufklappen braucht man dann noch etwas Kraft und auch Mut, aber es klappt nach einer kurzen Eingewöhnungsphase sehr einfach. Der Klappmechanismus knarzt und knackt aber überhaupt nicht, bis man den vollen aufgeklappten Zustand erreicht, der mit einem befriedigenden Knack signalisiert wird. Genauso, wenn man es wieder einklappen will. Nach fast einem Monat Nutzung kann ich euch sagen, dass dieser Mechanismus sehr stabil und auch langlebig zu sein scheint. Schauen wir uns das große Display noch einmal genauer an. Das aus Plastik bestehende Display wird mit einem ebenfalls aus Plastik bestehenden Schutzfilm geschützt. Dieser hat Aussparungen an Licht- und Annäherungssensoren sowie den Knickstellen selber auch. Es ist, wie man auch unschwer erkennen kann, ein richtiger Staub- und Fingerabdrucksmagnet. Insbesondere wird man viele Fingerabdrücke auf der linken Hälfte des Displays sehen, die besonders oft mit dem Finger und natürlich der Hand gehalten wird, wenn das Gerät zugeklappt ist. Schäden oder Kratzer sind mir nicht aufgefallen während meiner Benutzung. Ich habe dafür aber auch das mitgelieferte Exoskelett drumherum gepackt, das insbesondere die nach hinten wiegende Displayhälfte vor der Oberfläche schützt, auf die das Smartphone im zugeklappten Zustand gelegt wird. Zudem habe ich, wenn ich rausgegangen bin, nicht einfach das Ganze in die Hosentasche gestopft, sondern dafür ist es auch etwas zu groß und schwer, sondern ich habe es wirklich in das Ledercase gepackt und dann in meine Tasche, meistens in die Jackentasche, gesteckt. Für die Langlebigkeit empfiehlt sich eben auch das Display pfleglich zu behandeln. Natürlich ist der Preis da auch ein natürlicher Motivator, würde ich mal behaupten. Huawei verspricht aber auch, das Display für zwei Jahre Garantie zu geben und bietet auch bei selbstverschuldeten Schäden an eine vergünstigte Reparatur oder ein Austausch. Ansonsten ist das Display dank OLED schön farbenfroh und sehr gut kontrastreich, auch wenn die Helligkeit mit rund 450 Nits nicht ganz so gut ist wie zum Beispiel bei einem Mate 30 Pro. Zudem verliert die Helligkeit leicht im aufgeklappten Zustand und erreicht gerade mal so etwas über 400 Nits. Aber das kann locker mithalten mit Samsungs Galaxy Fold, das nur 370 Nits erreicht. Das Galaxy Fold hat aber auch noch einen kleinen Trick. Es kann in einen temporären Overdrive Modus wechseln, der dann 557 Nits schafft und das ist halt deutlich mehr als das Mate XS kann. Das kann also im Sommer bei Sonneneinstrahlung durchaus einen Unterschied machen. Das sorgt aber auch dafür, dass das Mate XS kein HDR Support bietet, trotz des guten Displays. Wer die kräftigen OLED Farben nicht mag, kann aber auch auf den normalen Farbmodus wechseln, der dann eher dem DCI-P3 Modus entspricht. Huawei setzt in Sachen Software auf ihre Emotion UI in Version 10, basierend auf Android 10. Hier fehlen aber wie bei allen neueren Huawei Geräten die Google-Dienste. Man setzt stattdessen auf die eigene Huawei Mobile Services. So findet man anstatt des Google Feeds auf dem Homescreen, wenn man ganz nach links swiped den Huawei Assistant. Dieser bietet einem neben dem Newsfeed auch Schnellaktionen und den cleveren AI Assistant an, der einem über die Bildschirmzeit, Bildschirmanzeit, die Nutzung von verschiedenen Anwendungen, Geburtstage und Termine erinnern kann und viele weitere Dinge machen kann, die sich frei konfigurieren lassen. Apps werden über die App-Galerie heruntergeladen, die täglich voller wird, aber nicht immer alle bekannten Apps bieten kann. Ich habe mir auch noch F-Droid und Aurora Store als zusätzliche App-Quellen heruntergeladen und installiert. Alternativen für Google Apps sind relativ schnell gefunden. YouTube Vans für YouTube, Here We Go und Magic Earth für Google Maps, Huawei's E-Mail-Client als Gmail-Ersatz und Petal Search als Google-Suchersatz. Streaming von Filmen und Serien geht ohne Probleme mit Amazon Prime und auch Netflix funktioniert dank Whitewein-Plugin-Unterstützung in Version 7.56.1, was ich mir von APK Mirror besorgt habe. Huawei bietet auch einen eigenen Streaming-Dienst unter Huawei Video an bzw. sammelt dort einige wie z.B. ZDF Select oder Rakuten TV. Man kriegt so auch die Möglichkeit deutschsprachige Serien wie Derrick, die Küstenwache oder Professor T anzuschauen. Wer mehr dazu erfahren möchte, ich habe auch ein extra Video darüber gemacht. Das findet ihr auch wieder in der Infokarte oder der Beschreibung. Videos generell haben im aufgeklappten Zustand immer schwarze Balken unten und oben, da das Display fast quadratisch ist. Einzig im zugeklappten Zustand verschwinden diese bei den 6,6 Zoll. Huawei optimiert seine Software für das Klapp-Display und bietet die Möglichkeit, zwei Apps nebeneinander im Multitasking laufen zu lassen. Zudem kann man noch ein Fenster frei platzieren, drüber schweben lassen. Apps erkennen meist, dass sie in einem Tablet-Modus laufen und schalten dann auch in das Interface dafür um, falls sie halt eben eins haben. Das System läuft dank der 8 GB Arbeitsspeicher und des Kiri 990 Prozessors flüssig. Ruckler gibt es keine und auch Multitasking gelingt ohne Probleme. Auch Spiele laufen flüssig. Ich bin jetzt nicht so der ganz große Gamer, aber 3D-Spiele laufen flüssig und dank des 8 Zoll Displays auch in beeindruckender Größe. Wenn es um Updates geht, so habe ich bereits ein Update erhalten, das vor allen Dingen die WLAN-Verbindung stabilisiert hat und die Sicherheitsupdates von Android für den April ausgeliefert hat. Emotion UI 10.1 ist bereits im Beta-Test und wird dann wohl auch bald auf das Gerät kommen. Ich rechne also weiterhin damit, dass ich regelmäßig Updates von Huawei bekommen werde. Huawei-Apps selber werden auch, wie zum Beispiel der Assistant oder die App-Galerie, regelmäßig aktualisiert. Updates für Apps können natürlich auch über die App-Galerie automatisch bezogen werden, zumindest wenn man die Apps in der App-Galerie findet. Kommen wir zum Sound. Hier liefert Huawei ein etwas ungewöhnliches Konstrukt. Im Portrait-Modus wird nämlich nur der nach unten feuernde Lautsprecher als Mono-Lautsprecher verwendet. Aktiviert man dann aber die Stereo-Plus-Option in den Einstellungen hat man auch die Option, das Smartphone quer in die Hand zu nehmen und dann nahezu Stereo-Sound zu bekommen, bei dem eben die Hörermuschel den etwas helleren Klang liefert und den nach unten feuernden Lautsprecher dadurch unterstützt. Der Sound ist schön laut und bietet auch etwas Bass. Etwas seltsam ist momentan noch die Option mit diesem Stereo-Plus, die scheinbar bei einigen Apps auch im Portrait-Modus zu funktionieren scheint, so zum Beispiel bei der Musik-App. Immerhin sind es Stereo-Lautsprecher und klingen dadurch etwas fülliger als nur der Mono-Lautsprecher beim Mate 30 Pro oder auch P40 Pro. GPS-Signal kann relativ schnell empfangen werden und es liefert gewohnt guten Support für die Navigation. Fällt aber etwas hinter dem Mate 30 Pro zurück, sobald man sich im Inneren befindet, dort braucht es länger für die Positionserkennung. Wenn es um die Telefonqualität und den Empfang geht, die sind einfach gut. Dank des großen 4500 mAh starken Akku hält das Smartphone im zugeklappten oder ausgeklappten Zustand ziemlich lange durch. Über den Tag kommt man damit locker, auch ein zweiter Tag kann durchaus überstanden werden bei nicht so starker Nutzung. Der Akkuverbrauch sinkt natürlich auch, wenn man nur den 6,6 Zoll großen Bildschirm, also den zugeklappten Zustand verwendet. Die Bildschirmanzeig beträgt bei mir etwa 8 Stunden im Durchschnitt, das ist schon sehr gut und ich habe es dann natürlich in einer Mixed Usage, also im aufgeklappten und zugeklappten Zustand. Der große Akku kann auch sehr schnell mit 55 Watt geladen werden, aber bei meiner neuseeländischen Version werden nur ein 40 Watt Lader mitgeliefert. Das lädt das Gerät aber immerhin auch nach einer halben Stunde auf über 60 Prozent auf und das sollte dann eben auch nach etwas über einer Stunde bei 100 Prozent dann aufgeladen sein. Drahtloses Laden fehlt allerdings, NFC-Support ist aber mit dabei. Insgesamt gesehen bietet das Huawei Mate XS eine gute Kamera. Klar, das Kamerasetup kommt einem irgendwie bekannt vor. Es ist die bereits ausgereifte und vom P30 bekannte Konfiguration, die gekoppelt wird mit einem etwas verbesserten Bildverarbeitungsalgorithmus aus dem Kirin 990 Prozessor. Das macht es gut. Fast sehr gut. Aber nicht zum Besten, was der Konzern so zu bieten hat. Das Mate 30 Pro ist besser. Und das brandneue P40 Pro bietet den größeren, für Videos optimierteren Ultra-Weitwinkel-Sensor. Zudem sind gerade für Nachtaufnahmen alle Sensoren beim P40 Pro auch mit dem RYYB-Farbfilter ausgestattet. Trotzdem weiß das Mate XS zu überzeugen, gerade auch für Selfies schießen oder für Vloggen dürfte dieses Setup das Beste sein, was es derzeit auf dem Smartphone-Markt gibt. Kommen wir zum freies Software-Indikator, der von 0 bis 10 bewertet, wie freiheitsgewährend ein Produkt ist. 0 wäre überhaupt nicht und 10 GNU Stallman Approved. Das Huawei Mate XS bekommt genau 2 von 10 Punkten. Huawei bietet den Quellcode auf einer eigenen Webseite an, sperrt aber den Bootloader, sodass man nicht sein eigenes Betriebssystem aufspielen kann. So ist man auf Gedeih und Verderb dem Hersteller ausgeliefert, wenn es um Updates und Sicherheitsfixes geht. Ich würde Huawei ja dafür, dass sie keine proprietären Google-Dienste nutzen, einen Punkt geben. Aber da sie diese durch eigene proprietäre Dienste ersetzt haben, fällt dieser Punkt in der Wertung weg. Insgesamt gesehen ist dieser Formfaktor und das Design wohl das Beste, was es derzeit für Fall-Smartphones gibt. Huawei schafft es auf Anhieb, das Beste zu bauen, was es derzeit gibt. Ein Tablet im ausgeklappten Zustand mit anständig großem Display und ein Smartphone, wenn man es einklappt. Selfie-Kameras überflüssig, da man die deutlich besseren normalen Kamerasensoren dafür dank umklappbarem Bildschirm nutzen kann. Das macht einfach sehr, sehr viel Sinn. Jedoch dies auch zu einem sehr, sehr heftigen Preis, der das Gerät für viele einfach alleine aus diesem Grund einfach uninteressant macht. Technisch gesehen ist es aber ein Spitzenklassengerät, bei dem man nur wenig meckern kann. Sicherlich wäre das Kamerasystem vom P40 Pro mit Teleskop-Kamera fein gewesen, aber man muss bedenken, dass Huawei hier im Grunde genommen ein Fall-Smartphone aus dem letzten Jahr ein kleines Hardware-Upgrade für das internationale Release spendiert hat. Fall-Smartphones müssen noch in Sachen Display robuster werden, um alltagstauglicher zu sein. Ich würde mein Mate XS natürlich nicht mit Schlüsseln und anderen Kram einfach in meine Hosentasche packen. Mit meinem Mate 30 Pro zum Beispiel habe ich aber da überhaupt keine Probleme mit. Das Huawei Mate XS ist aber momentan das beste Fall-Smartphone, das es gibt und zeigt Samsung und Co., wie man es richtig macht.